Wenn Sie lose, unfeste, gelochte Inhalte kombinieren wollen, dann ist diese Ordnerbox genau die richtige für Sie. Die Mechanik gibt die Möglichkeit, gelochte Inhalte abzuheften. In die darunterliegende Ordnerbox legen Sie die losen Inhalte ein. Die Füllhöhe macht es möglich, auch Sondermaterialien dazuzulegen. Der Titel schützt Ihre abgehefteten Inhalte. Zudem können wir Ihnen auch noch andere Varianten produzieren. In diesem Fall ist die Seite der Kartontasche komplett durchgezogen. Haben Sie folgenden Wunsch, sodass die Seite der Kartontasche nur zur Hälfte existiert, ist auch das kein Problem.